Tag zusammen! Teil vier der Einführung stellt noch mal eine Neuerung in C++ vor. Es geht um Referenzen. Wenn wir das durch haben, dann ist die Einführung abgeschlossen. Aber fangen wir mal mit einem Rückblick an. Das kennen Sie aus C. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Code bitte. Es geht ums Tauschen von Werten. Sie werden es am Funktionsnamen erkennen. Was passiert? Ich habe eine Funktion Swap A mit zwei Parametern. Die tut dann irgendwas und ich habe hier unten aufrufenden Code. Eine Variable X gleich 17, eine Variable Y gleich 42. Die werden Swap A verkauft und anschließend gucke ich per Ausgabe rein, was in X und Y steht. Frage an Sie? Was ist die Ausgabe? 17 und 42. Warum? Die Parameter dieser Funktion Swap A sind lokale Kopien der Werte, die hier unten reingekommen sind. Was passiert dann? Hier ist ein Dreiertausch implementiert. Offensichtlich. Hoffentlich offensichtlich. Ansonsten gucken Sie noch mal rein, was wir dazu letztes Semester gemacht haben. Es ist ein Dreiertausch der lokalen Kopien. Nicht etwa der Werte hier draußen. Was haben wir letztes Semester an der Stelle gemacht? Wir haben Zeiger verwendet. Und das sah dann so aus. Was passiert hier? Zeigerparameter A und B, kenntlich gemacht durch den Stern. Dann ein Code, der immer noch relativ ähnlich aussieht. Der Aufruf erfolgt wieder ein bisschen anders. Wir haben hier ein kaufmännisches und vor den Variablen Namen. Was passiert? Das kaufmännische und ermittelt die Adresse der Variablen. Die Adressen kommen dann hier oben in den Zeigerparametern an und können dann hier verwendet werden. Frage wieder an Sie. Was ist die Ausgabe? 42 und 17. Warum? Hier oben in die Funktion kommen jetzt lokale Kopien der Zeiger oder, wenn Sie so wollen, der Adressen rein. Und dann ist hier wieder ein Dreiertausch implementiert. Diesmal aber ein Dreiertausch der bezeichneten Werte. Warum denn nicht ein Dreiertausch der lokalen Kopien der Zeiger bzw. der lokalen Kopien der Adressen? Wenn Sie genau hingucken, steht hier vor den Variablen öfter mal so ein Sternchen. Und das ist eine Dereferenzierung des Zeigers. Also ein Zugriff auf den Wert, der durch den Zeiger bezeichnet wird. Und damit funktioniert dann der Dreiertausch. Aber wie gesagt, das ist ein Rückblick auf letztes Semester. Gucken Sie da nochmal rein, wenn Sie es genauer wissen wollen. Was mir C++ jetzt ermöglicht, ist das Ganze mit Referenzen zu implementieren. Und das sieht so aus. Wieder Parameter A und B. Diesmal immer noch Integer, aber mit einem Und dahinter. Und das ist in C++ eine sogenannte Referenz. Der Code da drunter ist der aus dem ersten Beispiel. Ganz genauso geschrieben. Keine Sternchen, kein sonst was. Einfach nur wieder der Dreiertausch, den Sie schon kennen sollten. Der Aufruf hier unten sieht auch wieder genauso aus wie in dem ersten Beispiel. Und dann kommt hier unten wieder der bekannte Ausgabecode und wieder die Frage an Sie. Was steht hier? Diesmal steht da auch die 42 und die 17. Warum geht das? Das geht deshalb, weil die Parameter Referenzen auf die Werte sind, die hier unten übergeben werden. Und dann arbeitet der Dreiertausch automatisch auf den referenzierten Werten. Den kann ich genauso hinschreiben, als ob ich mit den Werten selber arbeiten würde. Mit dem Vorteil, dadurch, dass ich mit Referenzen arbeite, ich also automatisch mit bezeichneten Werten arbeite, dass ich hinterher tatsächlich genau den Tausch implementiert habe. So, werden wir ein kleines bisschen formaler. Eine Referenz ist ein Alias-Name für ein Objekt und eine Referenz selber ist aber dann kein Objekt. Das ist vielleicht ein kleines bisschen tricky, wird aber mit wachsender Erfahrung dann durchaus deutlicher, was das bedeuten soll. Da ist die nächste Folie. Der Syntax auf referenzierte Objekte und für Zugriffe auf diese Objekte ist identisch. Sie haben gesehen, das erste Beispiel und das dritte Beispiel hatten exakt die gleiche Schreibweise. Da war kein Unterschied. Von daher, Referenzen lassen sich so verwenden, als wenn sie mit Werten arbeiten würden. Wichtig zu beachten ist allerdings, einmal initialisiert, referenziert eine Referenz immer dasselbe Objekt oder dieselbe Variable. Sie können einer Referenz kein anderes Objekt anhängen oder etwas besser ausgedrückt, Sie können eine Referenz nicht auf ein neues oder ein anderes Objekt zeigen lassen. Das geht bei einem Pointer. Noch was, eine Referenz referenziert immer ein Objekt. Sie haben nicht die Möglichkeit, das was Sie bei Pointern haben, zu sagen, ich bezeichne erstmal gar nichts, schreibe also den Null-Pointer da rein. Das geht nicht. Eine Referenz muss immer irgendetwas bezeichnen, irgendeinen Bezug zu irgendeinem existierenden Objekt haben und den verliert Sie dann nicht mehr. Das hat aber auch zur Konsequenz, dass Sie eine Referenz immer initialisieren müssen. Ansonsten würde sie ja ins Leere zeigen, was nicht erlaubt ist. Zu beachten ist da, das haben Sie gerade schon gesehen, die Operatoren wirken nicht auf die Referenz an sich, die Referenz selber ist ja kein Objekt, sondern automatisch immer auf die referenzierte Variable. Wenn Sie das über Pointer legen wollen, sehen Sie da den kleinen Unterschied. Die Operatoren wirken erstmal auf die Pointer, also auf die Zeiger, beziehungsweise irgendwie gewissermaßen dann auch auf die Adressen, die da drin stehen. Und Sie müssen den Stern davor schreiben, müssen den Pointer also dereferenzieren, damit die Operatoren auf die bezeichneten Werte wirken. Hier mit den Referenzen geht es direkt. Deshalb eben auch die Schreibweise, als wären es tatsächlich die Objekte selber. Referenzen sind oft kleiner als das referenzierte Objekt und das hängt damit zusammen, dass wahrscheinlich intern eh nur ein Zeiger gespeichert wird und die Sprache Ihnen diese ganze Magie mit den Referenzen da drum herum legt. Auch da ein Zeiger war ja in der Regel kleiner als ein etwas größeres Objekt, weil Sie auf einem 64-Bit-System bei einem Zeiger ja nur 64-Bit-Breite brauchen, um den Zeiger da reinzuschreiben, um die Adresse in einen Zeiger reinzuschreiben. Gucken wir uns noch ein kleines bisschen Code an. Eine veränderbare Referenz gleich im Gegensatz zu einer nicht veränderbaren Referenz schreibt sich so. Sie legen den Integer a an und initialisieren den auf 17. Dann können Sie auf das a eine Referenz anlegen namens x und schreiben dafür als Datentyp Integer und, kaufländisches und. Das ist dann die Referenz namens x, die sich automatisch immer auf das a bezieht. Und da hier nichts vorsteht, können Sie das x verändern. Klar, Sie können jederzeit das a verändern. Auch da steht ja nichts davor, also das a können Sie ändern. Aber Sie können auch das x verändern. Sieht so aus, als würden Sie das x verändern. Eigentlich verändern Sie nur das a und die Referenz namens x zeigt ja immer wieder auf das gleiche a drauf. Es gibt auch die Möglichkeit, konstante Referenzen anzulegen. Dann schreiben Sie in dem Moment, wo Sie die Referenz anlegen und initialisieren, vor den Datentyp ein const. Damit lässt sich das x nicht mehr verändern, wohl aber das a. Auch da nochmal der Hinweis, ja, das x ändern Sie nicht. Das x zeigt nach wie vor auf das a. Aber Sie ändern, wenn Sie es wollen, den Wert des a über diese Referenz. Und das ist hier an der Stelle ausdrücklich verboten, weil Sie das x mit const qualifizieren. Gucken wir uns ein Codebeispiel an, mit wieder der Frage an Sie jeweils zu überlegen, was hier in der Ausgabe hinkommt. Um so ein kleines bisschen zu gucken, was von meinen Erklärungen gerade hängen geblieben ist. Falls das nicht direkt geklappt hat, gucken Sie es sich einfach nochmal an. Und ganz ehrlich, das mit Referenzen tatsächlich ins Blut zu kriegen, geht nur mit ein bisschen Übung. Das ist ja so ähnlich bei den Zeigern auch gewesen. Wenn Sie das ein paar Mal gemacht haben, dann ist sicherlich klar, was da passiert. Wir haben wieder den Integer a, den wir auf 17 initialisieren. Und wir legen uns eine Referenz, eine Integer-Referenz namens x auf dieses a an und geben dann a und x aus. Was werden wir hier sehen? Relativ klar. Zweimal die 17. In der nächsten Zeile inkrementieren wir das a und geben anschließend wieder a und x aus. Was sehen wir? Beide mal eine 18. Warum beide mal eine 18? Wir haben das a inkrementiert. Klar, deshalb sehen wir hier an dieser Stelle eine 18. Das x ist aber fest verbunden mit dem a. Es zeigt ja auf das a, es referenziert das a. Zeigt darauf, ist nicht ganz richtig. Können wir an der Stelle sicherlich in der Einführung aber nochmal durchgehen lassen. Also es referenziert das a, das bleibt so. Dementsprechend kriege ich aus dem x, wenn ich das abfrage, auch die 18. Dritter Block. Ich inkrementiere das x. Darf ich das tun? Ja, darf ich tun. Wir haben eine nicht konstante Referenz, die ist veränderbar. Ich habe hier kein Const davor geschrieben. Also darf ich an dieser Stelle das x inkrementieren. Wenn ich beides ausgebe, das sehe ich dann, wenig verwunderlich, beide mal eine 19. Warum? Das x referenziert das a. Das Inkrement ändert nicht das x. Das zeigt danach nirgends anders hin. Das ändert den bezeichneten Wert. Den bezeichneten Wert, klar, das ist der Wert von a. Da stand vorher nach Zendrin, nach dem Inkrement steht also im a eine 19. Und da das x immer noch das a referenziert, steht anschließend auch vermeintlich im x, lassen wir es so durchgehen, eine 19. Referenzen haben wir jetzt auch schon als Funktionsparameter benutzt, in dem einführenden Beispiel mit dem Wertevertauschen. Also, was ist denn da der Unterschied zu Pointern oder welchen Unterschied zu Pointern können wir denn machen und wann verwenden wir was? Gucken Sie sich mal den Funktionsprototypen 1 an. Funktion FuA, konstante Referenz auf ein Objekt namens Data. Was das ist, ist völlig egal, kriege ich den Namen in. Und einen Zeiger, als zweiten Parameter auch, Zeiger auf ein Objekt Data mit Namen Out. Auch da ist es völlig unwichtig, was in Data drin steht. Wenn ich das aufrufe, brauche ich zwei Objekte, zwei Variablen, a und b vom Typ Data, die ich dann an FuA verfüttere. Die Referenz kann ich so angeben, als würde ich die Variable a direkt benutzen. Da ich hier im zweiten Parameter aber einen Data-Zeiger brauche, muss ich natürlich erstmal die Adresse des zweiten Objekts ermitteln. Gucken wir uns den Funktionsprototyp zweimal an. Funktion FuB, auch wieder zwei Parameter, In und Out. Der erste ist identisch geblieben, immer noch eine konstante Referenz auf ein Data-Objekt. Der zweite ist jetzt auch eine Referenz, immer noch auf ein Data-Objekt mit Namen Out, aber nicht mehr der Zeiger, diesmal eine Referenz. Der Aufruf hat sich ein kleines bisschen verändert. Ich brauche natürlich nach wie vor beide Objekte. Aber ich schreibe beim zweiten Parameter nicht mehr das dekorative UNT davor. Der Aufruf wird also ein bisschen kürzer, Sie sparen sich Schreibaufwand. Ist das sinnvoll? Gucken wir mal. Beide Funktionen können a nicht verändern. Das ist klar. Das sehe ich an der Funktionsdeklaration und im Funktionsprototypen. Ich habe eine konstante Referenz in, als ersten Parameter. In beiden Fällen geht a als erster Parameter da rein. Das ist nicht veränderbar. Beide Funktionen können aber b verändern. Warum geht das? Im ersten Fall habe ich einen Data-Zeiger. Da stecke ich die Adresse rein. Und damit habe ich die Möglichkeit aus fu a den zweiten Parameter oder den Wert, auf den der zweite Parameter zeigt, zu verändern. Gleiches gilt in diesem Fall. Ich stecke ein b rein. Das kommt als Referenz, als veränderbare Referenz hier an. Und fu b kann potenziell mein b verändern. Und wenn Sie das jetzt nebeneinander legen, sehen Sie hier einen Unterschied zwischen a und b, den Sie hier nicht sehen. Und das kann trügerisch sein. Da kann sich hier tatsächlich drin verstecken, wie wir das gesehen haben, dass b möglicherweise verändert werden kann, weil es sich um eine Variable-Referenz handelt und Sie gar nicht wissen, was fu b macht, ohne da rein zu gucken. Hier legt das und direkt schon den Verdacht nahe, dass ich da was tun kann. Es ist ja anders hingeschrieben und bedeutet dann schon so ein kleines bisschen Vorsicht. Ja, zugegeben, das funktioniert nur, wenn das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man hier direkt schon sagt, naja, okay, da muss ich aufpassen, dass mit meinem b hinterher irgendwas anders sein könnte. Bei meinem a kann ich davon ausgehen, da tut sich nichts. Warum kann ich davon ausgehen oder warum ist es intuitiv, davon auszugehen? Wenn wir die Referenzen nicht hätten, wäre das hier ein Wert, den ich da reinlege und die Funktion würde nur eine Kopie bekommen. Das kennen wir ja schon aus c. Ich kriege eine Kopie in der Funktion, die ich nach außen natürlich gar nicht verändern kann. Klar, in der Funktion kann ich in verändern, das ist aber nur das lokale in, das hat keine Auswirkungen auf das a außen. Und wenn ich diese Schreibweise benutze, lege ich mir so einen ganz kleinen Hinweis in meinen Code. A ändert sich nicht, ändert sich garantiert nicht, ist eine Konvention. b könnte sich ändern. Möglicherweise möchte ich nur nutzen, dass ich b als Zeiger da rein kriege und dann ist es kleiner, als wenn ich da eine Kopie reinstecken würde. Aber hier sollte ich ein kleines bisschen aufpassen. Deshalb meine Empfehlung, verwenden Sie Variante 1, auch wenn diese Schreibweise verlockend ist, weil Sie sich jedes Mal das unsparen. Aber Sie lassen auch jedes Mal das Fähnchen weg, was immer sagt, Achtung, hier könnte was passieren. Von daher schreiben Sie ruhig das dran. Habe ich mir das ausgedacht? Nein. Ich verwende an sehr, sehr vielen Stellen, bis auf wenige ganz kleine Ausnahmen, den Google C++ Style Guide. Einfach um das Problem an andere Leute abzugeben, kümmert euch darum, sinnvolle Codeschreibweisen zu entwickeln. Ich muss den nicht warten. Ich gucke einfach regelmäßig da rein. Hat sich da was geändert? Oder wenn ich nicht mehr weiß, wie schreibt sich das, habe ich eine Anlaufstelle und das wird einfach von anderen Leuten gemanagt. Was haben wir uns angeguckt? Wir hatten ein einführendes Beispiel, das Sie im Endeffekt aus der C-Veranstaltung im letzten Semester noch kennen. Wir sind da von Funktionsparameterübergabe per Wert und per Zeiger auf die Referenz gekommen, haben dann die Referenzen ein kleines bisschen formaler definiert und haben ganz am Ende Referenzen und Zeiger als Funktionsparameter nochmal verglichen und schon mal so ein ganz kleines bisschen in Richtung geguckt. Wie möchte ich eigentlich Code schreiben? Wo finde ich Infos dazu, wie mein Code auszusehen hat? Das war es mit der Einführung. Ich bin gespannt, was Sie bei der Videokonferenz sagen, wie Sie es fanden. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Alles Gute!